So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit EXTB. Heute ist Montag, der 16. Oktober 2023 und wir wollen uns natürlich einen gemeinsamen Blick auf die jüngsten Ereignisse hier gönnen. Am Freitag ganz klar ausmachbares Risk-Off. Das hat man nicht nur gesehen in den Abschlägen in Equities, also im Aktienbereich, sei es der DAX, S&P, Nasdaq, sondern das hat man auch ganz klar natürlich zu sehen bekommen mit dieser Squeeze über die 1900er Marke in Gold. Und alles in Anbetracht, würde ich jetzt mal sagen, der erwarteten Bodenoffensive in Israel, die dann über das Wochenende doch nicht stattgefunden hat. Sie steht aber weiter, in Anführungsstrichen, auf der Kippe. Ich habe die ganzen Ereignisse rund um diese mögliche weitere Eskalation im Gazastreifen nicht groß weiter mitverfolgt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es nimmt langsam ein bisschen sehr, sehr apokalyptische Züge an. Nicht, dass ich die Gefahr nicht erkenne oder nicht sehe oder nicht entsprechend mich auch darum sorge in gewisser Form, aber nichtsdestotrotz, ich finde, es sieht widersprüchlich aus im Hinblick auf das, was wir zu sehen bekommen, zum Beispiel im Angstbarometer, im WIX, im Volatilitätsindex, auf den S&P 500 beispielsweise. Was ich damit meine, dazu in wenigen Sekunden mehr, bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Visa und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko einher schnell Geld zu verlieren sind, ausgehend hiervon nicht für jeden Markternehmer, Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Insofern man das für sich mit Ja beantwortet, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vorstelliger Risiko und weiß, auf xtb.com.de. Darüber hinausgehend, nutzt auch gerne die Möglichkeit, telefonisch in Kontakt zu treten mit dem Berliner Büro. Telefonnummer folgt dann gleich, bevor wir zu diesen Kontaktdetails kommen, zunächst in eigener Sache. Bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt eure Fragen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion stellen, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die Kontaktdetails. E-Mail-Adresse, Querstrich, Telefon, wie auch immer, ist beliebt, dort in Kontakt zu treten. xdb, kurz vorgestellt als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr einmal hier aufgelistet. Und ein Grund, mit Sicherheit auch die xStation, auf die wir jetzt just in diesem Moment einen Blick werfen wollen. Hier einmal der DAX und ja, also wie soll ich sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte einerseits nicht wirklich aggressiv long sein im derzeitigen Umfeld. Wir sehen den Kursverlauf hier sehr deutlich, denke ich. Diese Abschläge, besonders beginnend eigentlich schon ab letzter Woche am Donnerstag war es. Dieses Überrollen gegen die 15.600, 700er Regionen hier auf der Oberseite. Dann mit dem entsprechenden Drop und weiteren Abschlägen, die wir jetzt hier auf der Unterseite zu sehen bekommen haben. Beschleunigung, klar, ausmachbar. Am Freitag nochmal, das waren klare Risk-off-Tendenzen, die meiner Einschätzung nach ausmachbar waren. Das haben wir nicht nur hier im DAX gesehen, das haben wir auch in US-Aktien gesehen beispielsweise. Jetzt in dem Fall, da sieht man eigentlich auch schon den Daily. Also so wirklich herausragt diese Price Action nicht. Wir sind weiterhin zwar in einer Sequenz mit fallenden Hochs konfrontiert, Abwärtstrendlinie und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, also die Abschläge, die hielten sich dann wiederum in Relation zum Gesamtbild irgendwie in Grenzen. Das Gleiche sehen wir 1 zu 1 hier im NASDAQ, der sich weiterhin echt solide präsentiert. Hier sehen wir ja, dass wir sogar keine tieferen Tiefs im September haben ausgebildet, sondern diese Tiefs haben deutlich halten können. Nicht, dass die Gefahr gegeben ist, dass wir nochmal eine Attacke auf die Tiefs zu sehen bekommen. Aber wie ich gerade eben schon einleitend sagte, das was mir jetzt langsam ein bisschen zu viel wird, ist eben die Eskalationsspirale aus rhetorischer Sicht. Also das bedeutet zum Beispiel am Freitag haben wir JP Morgan mit Zahlen zu sehen bekommen. Auch vielfach antizipiert der Ausblick, der kunderelle Ausblick von JP Morgan als größte Bank der Welt, querstrich ausgehend von der Bilanzsumme größte Bank der Welt. Da hört man immer sehr, sehr genau hin, was der CEO in dem Fall, also Jamie Dimon, eben von sich gibt. Auch im Hinblick eben auf die weitere konjunkturelle Verfassung. Und auch er äußerte sich natürlich zu den Entwicklungen, die wir im Gazastreifen zu sehen bekommen. Jamie Dimon verwies an dieser Stelle auf das höchste Risiko seit Dekaden, also seit Jahrzehnten, Jahrzehnten, hier im Hinblick auf eine Kriegseskalation. Ähnliches im Hinblick auf die Rhetorik darauf verwies zum Beispiel Ray Dalio, der Bridgewater Hedgefonds Manager, einer der größten Hedgefonds, die es gibt auf dem Erdball. Weil der verwies auf eine Chance von 50 Prozent, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Und wir sehen, dass auch darüber hinaus geht natürlich, das ist allerdings jetzt weniger überraschend, dass es entsprechende Eskalationen, in Anführungsstrichen, oder sehr emotionale Debatten geführt. Und man sieht auf sozialen Kanälen beispielsweise. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann denke ich mir, okay, dann müsste sich das aber bemerkbar machen. Also nicht nur in Form der Price Action. Gut, wir können jetzt argumentieren, wir haben schläge Sinn. Sondern auch in Form dessen, wie es der Optionsmarkt preist, wie es der WIX preist, also der Volatilitätsindex auf den S&P 500. Und den habe ich hier mal vorbereitet. Das habe ich hier gerade den Kunden von XTB im Live-Event, habe ich das auch schon gezeigt. Das passt nicht zusammen, also nicht nach meiner Vorstellung. Wir sehen hier die Jahreshochs, die verlaufen ungefähr, ziemlich genau sogar, um die Märzhochs. Das ist die damalige Eskalation gewesen, so möchte ich sie bezeichnen, diese Mini-Banken-Krise, die wir zu sehen bekommen haben, wo es wirklich dann auch die Sorge gab, dass es hier zu einem Spillover-Effekt auf die ganze Wirtschaft kam. Silicon Valley Bank, Signature Bank, wie hießen sie alle, First Republic und so weiter. Durch eben ihr Verspekulieren im übertragenen Sinne im Hinblick auf die weitere Zinsentwicklung. Sich aufgeladen, aufgesogen mit Bonds zum Nullzins im übertragenen Sinne, die dann eben durch den aggressiven Zinsanhebungszyklus der FED jetzt riesengroße Floating Losses nach sich gezogen haben. Dann kommt eine erste Kaskade von entsprechenden Abzügen von Kundengeldern, müssen entsprechend, um Liquidität bereitzuhalten, jetzt mal sehr grob gesprochen, müssen dann Verluste realisiert werden und das mündet dann in einer Abwärtsspirale. Und jetzt setze man das mal in Relation. Wir haben eine Eskalation hier im Bankensektor, eine Mini-Banken-Krise, von der wir uns doch sehr, sehr gut erholt haben, wie wir es dann ja gesehen haben, mit diesem Bullrun, beginnend ganz besonders ab Mai, im Nasdaq ganz besonders, aber auch im S&P beispielsweise. Und jetzt stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg und wir verharren im Bereich um, knapp unterhalb sogar von 20 Punkten im Volatilitätsindex. Wichs an dieser Stelle. Das passt nicht zusammen, also nicht nach meiner Vorstellung. Und da stelle ich mir jetzt mehr und mehr die Frage, inwiefern das nicht hier eventuell gerade doch ein bisschen arg heiß gekocht wird, wesentlich heißer, als wir es dann schlussendlich essen werden, um es mal bildlich zu sprechen. Und wäre da in diesem Zusammenhang nicht wirklich, also arg bärisch im derzeitigen Umfeld, sehe die Short-Seite nicht unbedingt zum Favorisieren. Das heißt nicht, dass nicht weitere Abschläge eine Option sind und dass ich auch Short wäre, wenn wir denn dann die Tiefs rausnehmen, sowohl von Freitag jetzt, beziehungsweise dann auch den Bereich um die bis dato Oktober-Tiefs, so im Bereich Roundabout, 15.100 Flächen, ein bisschen runtergesprochen, 15.000 Punkte, sollten wir diese brechen, dann ist nochmal durchaus Abwärtspotenzial gegeben. Aber bis dahin, wie gesagt, bedarf es erstmal eines klaren Signals aus Price-Action-technischer Perspektive. Und das können wir bis dato nicht ausmachen. Und wie gesagt, das zeigt sich eben auch nicht im Optionsbereich, wo ich tatsächlich eher sogar noch eine Tendenz hätte, den Wix vielleicht sogar gegen diese 20er-Gefilde-Roundabout zu shorten, mit einem engen Stopp, in Erwartung, dass es dann zu einem Rücksetzer in Gefilde, 15 Punkte vielleicht sogar kommt, in den kommenden Wochen, dass wir saisonal wieder Bullishness sehen, die gemeinhin bekannt ist, im Hinblick eben auf den Jahresschluss mit starken Börsenmonaten Oktober, November und Dezember. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, hier Vorsicht mit der Short-Seite aktuell, Long möchte ich auch nicht sein, ich will das ganz kurz hier auf der 5-Minuten-Ebene im DAX zeigen. Wir sind jetzt reingekommen, 9 Uhr Kasseeröffnung, handeln um den EMA 50-5-Minuten-Basis, den nutze ich als Vorteilsidentifikator für den jeweiligen Handelstag. Wenn wir darunter handeln, möchte ich nicht long sein, aber nochmal, ich möchte derzeit eben auch nicht short sein, zumindest so lange wir oberhalb der 15.200 im DAX eben notieren. Im Falle des S&Ps oder auch im Falle des Nasdax ist die Konstellation ähnlich, das heißt also droppen wir unter die Tiefs von Freitag, okay, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal in Richtung der 15.000er-Region das aufmachen, was aber dann auch die Frage aufwirft, ist das Chance-Risiko-Verhältnis technisch wirklich so attraktiv, würde aber dann wiederum nicht sehen, dass wir hier weitere dramatische Abschläge zu sehen bekommen, sondern würde dann auf Impulsgeber vielleicht aus der übergeordneten Ebene auch durch die Quartalsberichtssaison eben warten. Wenn wir eine Short-Seite sehen würden oder wenn wir ein Short-Engagement eingingen, dann würde ich mir einen relativ schwachen Kandidaten herauspicken und da haben wir heute was im Einzeltitelbereich, was vielleicht ganz interessant ist, und zwar am Freitag, da verkündete nachbörslich Pfizer, dass man, ich will das ganz kurz hier einmal zeigen, ich habe das bei, also hier können wir einmal Pfizer sehen, das ist die Nachbörse bei MarketWatch, die ist kostenlos verfügbar, minus 3,7 Prozent, 5,3 Millionen gehandelter Stücke, Pfizer ragt hier heraus, da gab es nämlich die Meldung, dass Pfizer seine Umsatzprognose für 2023 zusammengedampft hat, auf jetzt 58 bis 61 Milliarden, von zuvor 66 Milliarden, also roundabout 10 Prozent Pi mal Daumen und das aufgrund von Covid-19 Produkten und hat zudem seine Prognosen für den Bereich Gewinn je Aktie für 2023 auf 1,45 bis 1,65 von zuvor 25 bis 3,45 reduziert. Daraufhin hat aber nicht nur Pfizer negativ profitiert, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise Abschläge sind, sondern natürlich auch die anderen klassischen Impfstoffhersteller, nämlich BioNTech oder beispielsweise auch Moderna. Nachvollziehbarerweise, ich war die, ehrlich gesprochen, sowieso letzten Quartalsberichte im Hinblick auf Pfizer oder auch BioNTech, auch Moderna, sowieso überrascht, wie sehr man noch Optimismus hatte im Hinblick auf die Covid-19 Produkte und das scheint sich jetzt deutlicher der Realität anzupassen. Das könnte ein Kandidat sein, ich denke ganz besonders Moderna eventuell sogar, das könnte ein interessanter Kandidat sein für die Short-Seite, sollten wir weitere Abschläge sehen, durch dann auch einen entsprechenden fundamentalen Katalysator, wobei im Falle von Moderna die 95-Dollar-Region eine wichtige Support-Region ist und es denkbar werden lässt, dass wir Richtung der 90er-Gefälle vielleicht sogar verkauft werden. Also Short, ich bin im Hinblick auf den breiten Markt ein bisschen skeptisch, weil das Sentiment ein bisschen arg heiß gelaufen ist. Sollten wir Short gehen, dann würde ich mir im Einzeltitelbereich, wie gesagt, besonders relativ schwache Titel raussuchen oder beziehungsweise aktuell Short-begünstigte Titel und da muss ich sagen, nach dieser Gewinn-Umsatzwarnung von Pfizer, nachbörstlich am Freitag, scheinen mir da, wie gesagt, die Impfstoffhersteller, ganz besonders, vielleicht sogar noch Moderna, ganz interessant für ein mögliches Short-Play. Soweit meinerseits. Happy Trading. Passt auf, ihr Sops auf. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss.